hallo und herzlich willkommen ich würde gerne eigentlich gut morgen sagen aber ihr seht es abends bei mir ist es kurz nach sechs weitag morgen ich bin von der couch gefallen nicht aus dem bett geweckt vom kotz geräusch der katze ganz toll naja gut jetzt bin ich ja mal wach dann kann ich auch die zeit nutzen um was für euch aufzunehmen weil sie mir bald wir heute kommen beim letzten mal was haben wir genommen oder city bay als von hier oben vielleicht nehmen wir heute einfach mal das zweite nein das funktioniert ja nicht so gut ich möchte was ich möchte den doppeltsprung auf jeden fall bei allen spielern doppeltsprung haben ja action inventory das möchte ich haben das mit dem zeus fand ich gar nicht schlecht aber wie wir gesehen haben nicht so ich glaube das reicht erstmal so auf geht's ab geht's okay das ist das wo wir waren ach so dass das ist bestimmt da der eine teil und hier der andere teil so ich frage mich ob die trophäen an denselben stellen sind ja ja läuft gut fängt gut an okay gut da war wohl eine alphawand entschuldigt bitte meine stimme ist noch nicht ganz so da um diese uhrzeit auch nö fängt das jetzt schon an was habe ich denn falsch gemacht ich kann wieder mich nicht bewegen irgendetwas nein ist es tatsächlich dieses zeug 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 okay gut und das level neust du warte mal das probieren noch mal nein ich wollte mich nicht bewegen nein dann möchte ich ja ich möchte das level neu starten weil das echt doof wäre ich weiß jetzt nicht bleibe ich hierbei ich mache einfach noch mal denselben kram guck was passiert da okay ähm hauptmenü ja möchte ich eine beliebige taste spiel da möchte ich spielen ich möchte den doppelsprung das inventar dafür will ich dann irgendwas anderes die mikrowelle 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 das geht aber auch nicht das geht ja die latschen aber echt langsam und auch das rennen ist sehr langsam, oder geht das 위해 mit dem Teil. Okay, ne, tut mir leid. Aber wir probieren einfach mal aus. Okay, den Doppelsprung, das Inventar. Um drachisch zu sprechen, ne, um Bomben herzustellen, du gern zu feiern. Magier, ausgewählte Kinder werden im Winter von einer Person im roten Kostüm und weißen Part besucht. Sie halten eine magische Box voll mit allerlei zauberen Kartendicks. Ich möchte irgendwas cooles können, bitte. Magst du Stacheln? Achso, ja gut, das ist dann... Wir bleiben einfach mal ganz normal. Doppelsprung und Inventar. Das hat ja beim letzten Mal auch funktioniert. Trotzdem werde ich jetzt einfach nochmal täglich kurz das Murmeltierd. Den Krammeln machen und gucken, ob ich wieder hinbleibe. Nein, bleibe ich nicht. Okay. Schwimmen kann ich ja nicht. Ich kann mich treiben. Äh, wo komme ich hier raus? Na? So. Huch, was ist denn so schnell? Ich bin da einfach nur durch. Ich wollte ja gar nichts machen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir suchen Trophäen. Und warum? Und was? Und überhaupt? Okay, war das so gedacht? Ich weiß ja nicht. Ich möchte da bitte wieder hoch. Was sind wir denn hier? Ach, hier war ja so eine Galerie, ne? Wo ich unbedingt drinnen gucken wollte. Oh, Uncle Fred's Workshop. Oh, 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 oh. Uncle Fred, du hast verdächtig viel Treibstoff hier. Oh, was? Was ist das? Grappling-Zunge geworden. Okay, Fred's Grappling. Was, was, was? Was, was, was? Oh. Ich habe eine blau leuchtende Zunge. Oh. Okay, ich habe einen Pilz gegessen. Was kann schon schief gehen? Entschuldigung, Entschuldigung. E, hm? Ja, okay. Den können wir aber mit, ne? Ja, ist ja gut, muss man. Das ist doch... So, um explodiert das weg. Oh, ich lege dir. Das ist zu spät. Ich habe eine blaue Zoll. Es gibt so viel zu sehen, dass ich mir nicht entscheiden kann, wohin zuerst? Das ist irgendwie so versteckt hier. Hier sind aber Pfeile. Ich habe eine blaue Zunge. Was soll denn das mit den Pfeilen? Warum fällt denn da oben? Ich habe nichts gemacht. Okay, irgendwann bin ich da auch. Nee, den wollte ich nicht. Ist das richtig? Das ist aber cool, wie das hier so schallt auf einer Musik. Ja. Oh. Ein Rennen starten. Möchtest du ein Rennen starten? Führ das Rennen so schnell wie möglich durch. Moment. Mir ist ein bisschen kalt. Ich muss mich einmal kurz zudecken. Und möchte ich ein Rennen starten? Ich probiere das einfach mal. Aber ich garantiere für nichts nahe. Wie hängt denn das jetzt hier? So. Hier sind flauschige 16 Grad. Ich starte ein Rennen. Oh, bitte was? Oh, es tut mir jetzt schon leid, gute Frau. Zählt das? Nein, den muss ich noch nehmen, ne? Und jetzt? Oh Gott. Nähmelt Wasser. Oh, 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 oh. Wir schaffen das. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Gottes Willen. Lebt die noch? Oh. Er, verwende? Was, was verwenden? Ich. Ach so, wegen dem... Ich weiß nicht so genau, wo ich hier... Ich sollte doch hier rein, glaube ich. Was ist hier denn? Das ist eine Papier, ich sehe sie genau. Ich habe schon... Oh, guck mal. Ja, ich sehe sie genau. Ich. Ja. Ah. Ich schlack ein Objekt, wahnsinnig weit weg. Okay. Könntest du bitte einfach mal dort hinauf gehen? Danke. Das ist ein Toaster. Wie kommt ich denn da rauf? Oh, Gott. Das ist eine arme Frau. Gute Frau. Geht's dir denn gut? Okay. Okay. Rennen hast du. Ja. Ich gehe jetzt. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ah. Was für ein Rennen, ey. Oh. Ja, warte mal. Nee, so schnell. Hier ist ja bestimmt irgendwas drin. Hm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, was da ist denn? Nee, okay. Uuuh. Einmal durch die halbe Stadt hier. Ja. Das ist gut. Hier war ich schon mal. Ja. Ich mach keinen Scheiß. Das zählt. Tschüss. Muss ich da... Hm. Ich hab ein bisschen... Uuuh. Komm nicht so nah. Hey, 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 hey. Okay. Ja, das reicht mir. Behalt' ich die Frau? Worum er sie her ist? Ist sie mit Absicht oder hab ich die auch so sehen? Irgendwo abgespießt. Oh Gott, ist sie mit mir... So, jetzt gehen wir aber nochmal. Also ich glaube, die Frau ist eh schon tot. Also es macht dann nicht so viel. Das ist doch die Gasse, wo ich heute war, oder? Ob ich mir die Sachen so gut merken kann. Aber jetzt hab ich die Frau, jetzt hab ich die blaue Zunge nicht mehr, ne? Oh, ich bin an dem einzigen Poller jetzt hängen geblieben, der da ist, ja? Was ist das da oben? Na, gehst du da auch? Achso, es ist ein Ball. Okay. Ja, das war mit dem Rennen. Was ist das da unten? Ein Fahrrad? Ein leuchtendes? Oh, nee. Und besser noch auf dem Fahrrad. Nee, 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 wir machen keine Rennen. Hut mich sorry. Ich möchte keine Rennen machen. Okay, kann ich da hoch? Was ich ja irgendwie geil, ehrlich, aber auch irgendwie doof finde, aber irgendwie auch nicht. In der Beschreibung vom Spiel steht, ja, dieses Spiel besteht aus Bugs und wir werden sie nicht beheben. Also nur die, die solche, die... Der Performance zu tun haben. Aber nicht, äh... Aber nicht, äh... Hier, so ein Rumgewabbel. Das gehört einfach zum Spielerlebnis. Joa, was machen wir hier oben jetzt? Gucken wir doch mal. War nur bei dieser Party, war das da oben oder war das in einem anderen Abteil? Ist das ein Staudamm und kann ich den kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde auch gerne diesen Helikopter irgendwie kriegen, aber ich glaube nicht, dass... Ah, nein. Also Staudamm da links in die Richtung. Gehen wir mal gucken. Na, ja, das funktioniert ja alles super hier. Na, habe ich die Orientierung schon verloren? Ey, da... Was ist hier so? Ich weiß. Okay, den werde ich wahrscheinlich nicht kaputt machen können, ne? Oh, trinken wir mal einen Schluck Kaffee mit der anderen Hand. Ich habe verd... Mein Gott, ich wollte eben auch noch sagen, dafür, dass ich den Kaffee noch gar nicht wirklich getrunken habe, bin ich recht wach. Nein, bin ich nicht. Ich finde, man findet hier nicht viele Trophäen. Oder ich bin zu doof. Ja, verwende. Oh, jetzt verstehe ich. Lass mich los da. Ja. Ja, hm. Ja, okay. Ist, äh... Ist nicht meine Disziplin. Fahrer brauchen wir auch gar nicht probieren, das wissen wir, ja. Ich wüsste gerne, wo die Fäen sind. Klapp. Ja, langsam, ich wollte ja hier in den Seitenweger mal rein. Oh, was ist denn hier los? Entschuldigung. Bist du jetzt böse? Oh. Ist gut versteckt hier. Wie seid ihr da raufgekommen? Ganz ehrlich, ich möchte diese arme Frau loswerden. Aber ich habe keine Ahnung, wie... Wo geht es hier hin? Arturo City? Ist das da, wo ich schon mal war? Äh, möchtest du zum nächsten Bereich? Ja, möchte ich. Und ich möchte einen Keks wünschen. Ja, ich wünsche mir jetzt einen Keks. Das ist nicht gesund, liebe Kinder. Tut das nicht. Aber ich habe keine Lust. Mir jetzt ein Müsli zu machen. Also, so habe ich ein Laufband jetzt nicht in Erinnerung. Meine Festplatte schaltet sich ab und wieder ein. Na gut. Sie ist gerade voll im Gange. Lassen wir mal dran. Ich bin ganz vorsichtig. Es passiert nichts. Guten Tag. Hallo. Was ist das? Ist das was für mich? Nee, nicht den Schrank. Binde das Sanktum 1 Wandererdenkmal habe ich gerade als Auszeichnung bekommen. Ist es das? Wandererdenkmal. Nehm ich mit. Was sagt der in mein Inventar? Hatte ich da nicht irgendwas für ihn reingepackt? Na, war ich nicht. Warte mal. Warte mal. Steht da was auf der Rückseite. Ist das was Interessantes? Entschuldigung. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Guten Tag. Entschuldigung. Tum, tü, 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 tü. Was? Hat er gar nicht gesagt, er war mal in der Ziege? Das ist gloom. Warte mal. Gibt es kein Dachboden? Nein, gibt es nicht. Ich bin gar nicht da gewesen. Ja, zurecht. Du, versteckst was. Sage mal, 11 von 30? Sag mal, wann habe ich die denn? Ich bleck das nicht so ganz. Habe ich die per Zufall eingesammelt? Habe ich die irgendwie bekommen? Entschuldigung. Könnte, dass du Königin ja einer Ziehen bist. Ähm. Äh. Oh, ist mein Spiel noch da? Ja, mein Spiel ist noch da. Äh. Was ist hier los? Leite, Vase. Was ist hier los? Ich bin die Königin aller Ziehen. Sag mal, wie soll ich denn jemals alle diese Dinger einsammeln? Ich kann ja nicht. Ich gucke mich erst noch um. Ich bin die Königin. Oh, oh. Och, guck mal. Hallo. Ziegen für den Ziegen thronen. Was? Er um Bauernsohlen? Sonder? Oh, oh, oh. Oh. Entschuldigung. Ehe. Hehehe. Okay. Jetzt ist es endlos. Sind sie tot? Sehe ich jetzt irgendwie... Oh, anders aus. Oh, ja. Ich bin böse. Hehehe. Kann ich da noch mal reingehen? Um zu gucken, ob das noch mal auf diesem Thron wieder so Flammen gibt. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, ein gutes Bild hier. Das ist doch gut, oder? Sieht doch schön aus. noch mal ok ok sind die eigentlich habe ich das schon gefragt an der gleichen stelle diese trofäen andale ich lasse einfach mal ziegen vom himmel fallen ok 13 von 30 hier war doch bestimmt auch was doch gerade meine baustelle ich erinnere mich ja blick mal in die richtige richtung hängig hier fest Oh Gott, nein, ich bin nicht festgelegt, bitte. Oh, nee, da muss ich ja schon wieder diese Wackelpartie da machen, oben auf dem Kran. Wobei ich ja jetzt weiß, wie es funktioniert. Okay, und auf der anderen Seite, eine 6. So, wie hatte ich, ich bin da irgendwie außen herum, ne? War ich eigentlich hier hinten? Oh Gott. Wie habe ich das gemacht? So nicht. Oh, das war aber knapp. Er hat angefangen. Nee, kein Jetpack, das funktioniert, oder? Aber dann gebe ich mal eine Maske auf, ne? Nee, natürlich. Wär um das Jetpack anzustoßen. Ich, ich. Dann lass es einfach. Ich bin da einfach nicht so die Beste drin. Wir probieren das nochmal mit einem Schluck Kaffee. Es sind schon wieder 35 Minuten. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe nichts erreicht außer Mist. Na ja, wenn ich wüsste, wie dieses Jetpack funktioniert, so ist es bestimmt auch gedacht, sollen wir das einfach mal probieren. Ja! Okay. Es hätte, es hätte fast funktioniert. Sprengen funktioniert nicht, um das Ganze zu überschleunigen. Nee, ich mache nochmal meine Methode, wenn ich es dann hinkriege. Anwann ich so bitte? Na ja. Was? Achso, ich habe so das R gedrückt. Okay. Ja! Verdammt, daxt. Es fällt einfach die Zinnübermimmel. Noch einmal noch. Vielleicht einmal noch mit Jetpack. Und war da oben? Dann mache ich erst was anderes. Duh, da, 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 da. Du, 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 du. Bäh! Bäh, 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 bäh. Es könnte sein, dass vielleicht irgendwann ein Wecker losgeht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, bin ich von hier aus gesprungen? Warte mal. Das ist ja viel einfacher. Mann, Mann, Mann. Wo ist das? Ist es hier? Ja, okay. Oh, das geht doch nicht gut. Oh Gott. Ja, das ist ja noch besser. Hallo? Hier war noch was drin. Warum ist hier... Ich habe nicht aufgepasst. Wo ist die Trophäe hin? Kann die hier durchgerutscht sein? Kann ich die überhaupt noch einsammeln? Du hast er. Okay. Ich weiß, da war eine drin. Oder war da jetzt diesmal keine drin? Weil die halt immer irgendwie zufällig irgendwo drin sind. Das weiß ich natürlich nicht. So sind aber keine Matratzen, ne? Und... Wo bin ich? Okay. Wo ist das Gebäude, wo ich hinwollte? Das ist da, ne? Ja, 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 ja. Scheiße, die Pünze. Hm. Ich weiß, hier sind ja auch noch Drupäden drin. Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen schlechter durch mit dem Ding. Ja, so war nicht meine Denkweise. Wer parkt denn hier sein Auto drin? Das gibt's wohl nicht. Ist aber schuld. Das gibt's wohl nicht. Nein. Ja. Das sind die, die ich beim letzten Mal eingesammelt habe. Da? Das stand, als ich angefangen habe, wo ich dachte, ich hätte keine, stand dort drei. Ich sehe nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist schwierig. Aha, okay. Ja. Danke. Ja, ich bin schon wieder zu spät gewesen. Die Tankstelle. Jetzt bin ich sauerlich. Oh Gott. Diesmal war ich es auch. Ich stehe dazu. Geht's dir gut? Hier ist gerade die Tankstelle in den Luft geflogen. Weil ich auch so verdächtig wenig Trophäen finde. Wenn es jemand von euch weiß, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Wenn dem so wäre, wäre das ein bisschen einfacher. Junge Frau, was haben Sie hier für Hobbys mit einer Axt in der Dartscheibe? Oh, die Krücken. Okay. Es tut mir leid. Hier war ich schon. Oh, wer seine Tür offen lässt, ne? Entschuldigung, ich hänge in ihr Bandschrank. Scheiße, ich hänge da wirklich drin. So, dann. Ich packe einfach alles rein. Ich wollte hier nichts zerstören. Ich wollte hier nur einmal gucken. Wieso habt ihr zwei Esstische und einen Ikea-Raum-Trainer, der überhaupt nicht hier hin passt? Oder war ich das? Seid ihr hier ein Büro? Ihr seid wohl ein Büro. Ihr habt hier zu viel Kram, das geht so nicht. ein QR-Code. Wollen wir den scannen? Wollen wir scannen ihn mal, gucken, was passiert. Kann ich das überhaupt? Ich habe mein neues Telefon noch nicht hundertprozentig eingerichtet. Ich glaube, ja. Hä? Sagt da nichts? Okay, also ihr könnt das ja mal machen. Ich kann, ich gerade nicht. Ich habe keinen QR-Scanner wohl irgendwie. Oder ich bin zu doof. Das schließe ich natürlich nie aus. Guten Tag. Vielen Dank. Ich versuche, ihr Droh nicht zu zerstören. Ich muss wieder gehen. Das ist mir ein bisschen zu... Oh. Ein bisschen zu eng hier drin, wollte ich sagen. Ja. Boah. Aber Hauptsache, in eurer Garage ist nichts. Ein Besen. Besen, ein Mülleimer und Stuhl. Aber Oma hat es voll gepfeffert. Was ist hier los? Was ist denn das heute für eine satanische Folge hier? Ich bin, äh... Die Opfer sammeln? Nee, ich wollte eigentlich nur einen... Hier ist ein Opfer. Komm. Ob das so funktioniert? Blut für die Blutsiegel. Ah, Alter. Opferer für eine große Aufgabe. Jetzt habe ich noch mehr. Guck mal hier. Jetzt liegt der hier einfach rum. Okay. Nö. Was ist das? Hallo, Festplatte. Tschüss, Festplatte. Wie sehe ich denn jetzt aus? Oh. Schade, dass ich nicht... Hä? Ich war doch hier raus aus dem Abteil, oder was sieht das, wenn ich an mich heranzoome? noch mal weggehe. Wenn ich die eine Maske nicht auf hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch anders aussehen. Ja, okay. Okay, okay, okay. Na. Oh, da habe ich wohl auch ein paar auszusehen abgelegt. Kann ich da oben drauf umlatschen? Ja, ich habe es drauf mit diesem Jetpack. Ein paar Teile dabei über Tod und Ziegen. Was ist das? Na. Ein Hammer. Die müsste ja eigentlich eine Alpha-Wand sein irgendwo, oder? Du droppe Festplatte, wenn du es jetzt öfter machst, dann muss ich die Aufnahme unterbrechen. Ich habe die Orientierung verloren. Also, ihr macht ja hier Kämpfe, ne? Ja, wo ist denn die Runde 4? Das letzte Mal kam doch so eine Obermarkerziege. So, wo war denn dieses... Traktor-Dingen. Hier gab es doch so Traktor-Dingen. Ist das ein Alien-Grohenkreis? Und was ist hier los? Beacon. Bacon. Bacon. Okay, ich verstehe das nicht. Das. Das ist ein. Huff. Das war das. Huff. Okay. Das ist etwas Spaß bei der Arbeit, das geht nicht, das heißt Arbeit, das ist ja Spaß. Ich hab gedacht, du hast... Sag mal. Ist das jetzt klar? Okay. Dann brauchst du dein Auto auch nicht. Okay, Alperwand. Was ist das? Oh, Chips-Tüte, okay. Ich möchte immer noch dieses blöde Autoränder torpedieren. Was hab ich denn in meinem Inventar so rumfliegen? Ein Wanderer. Falscher Knopf. Das war wieder sehr gekonnt. Wo war'n der Set? Hier, ne? Ja. Ich nehm' jetzt einfach euer Allah. Das stört den einfach nicht. Ich will ihn zu Fall bringen. Oh. Oh. Von mir läuft der weg, ja? Hä? Was ist das? Huh? Sag mal. Powerpitcher. Erzenpitcher. Erzenpitcher. Ähm. Ach, mein Scheiß. Wo bin ich? Okay. Sag mal Festplatte, jetzt ist gut. Können ja gleich ne Pause machen. Na. Ich find's so schwierig, Trophäen. Ich hab bestimmt auch schon welche übersehen. Ich wüsste gerne, ob ich auch irgendwie Sachen ablegen kann. Ich dachte, mich irgendwie das Jetpack wäre nach ner Zeit weg. Oder zumindest wenn ich was Neues einsammel. Hm. Was ist das? Eine Flasche. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. What? Sacrifice? Da oben durch den Schacht, das habe ich noch nicht getan. Äh, ja. Oh, sag mal. Das machen wir jetzt in dieser Folge noch. Äh. Hallo? Und auch? Hm. Na, 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 ich möchte da oben. Ich möchte da oben. Ich möchte da oben. Ist das das Gebäude überhaupt? Wo war ich denn vorhin? Orientierung. Ist nicht vorhanden, die Orientierung. Ich wollte doch da rauf, oder? Wie komme ich denn? War ich da schon? Ah. Wie komme ich da hoch? Ich möchte da oben gehen. Ich möchte da oben reden. Undть. Ich möchte da oben gehen, oder? Ich muss da oben gehen. Leicht von innen. Obwohl es nicht so aussieht. Sieht nicht so aus. Lass mich wieder raus. Ich sehe nichts. Ha. Na, 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 na. Na. Okay. Ich glaube, ich sollte da nicht rankommen. Da ist eine Trophäe. Die habe ich gesehen. Wo komme ich denn da hin? Na? Ich kriege das nicht hier mit diesem mal rennen, mal nicht rennen. Na, wieso bist du denn da nicht heute hochgegangen? Ich bin da jetzt noch rein. Ich bin haltbar. Wie sieht das von hier aus? Okay, fast. Fast, fast, fast. Tag, seitlich. Tag, seitlich. Was, was, was? Nein, nein, nein. Die Trophäe nicht. Mehr machst du nicht. ich weiß jetzt nicht darauf kommen ich jetzt ist es blöde ich weiß wie ich darauf kommt sagt ich ja doch ich weiß wie ich darauf kommt sieht auch irgendwie falsch aus die kriegen wir natürlich jetzt habe ich noch irgendwas ja ja ich Ich höre... Wir könnten auch die Folge mit einem Cliffhanger beenden. Wird sie die Trophäe wirklich kriegen? Das haben wir heute in der nächsten Folge. Nein, ich gehe jetzt da noch rauf und werde diese schöne Trophäe holen. Geh. Nein. Geh. Geh, 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 geh. Was ist denn mit diesem Knopf? Wenn ich mich da jetzt fallen lasse, aber dann... Es war... Es war fass. Nein. Okay. Ein... Einmal noch. Einen Versuch noch. Ja, Konzentration. Nein. Nein. Oh. 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 Nein. 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 Bleib hier. Kann ich das Ding irgendwie ausschalten und kaputt machen? Nein, 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 nein. Nein. Okay. Es tut mir leid, wir beenden für heute mal die Folge. Ich brauche eine kleine Pause. Und ich bin immer noch nicht wach. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, was